wir sind wieder zurück zu einer weiteren folge don't stop wir müssen erst mit die nacht hier rum kriegen und am nächsten tag werden wir hier runter wandern so vorher werde ich natürlich unseren stein aufladen und ich dann rasiere gut wir haben jetzt gleich hier die lassen wir jetzt noch mal ein bisschen hier ja doch hier haben wir noch ein bisschen kacke wir haben kein holz also nicht bei die hälfte an uns zum glück haben wir erst mal vorgesorgt und jetzt fängt auch noch an zu schneiden und wir brauchen neue puschel ohren auf jeden fall oh mein gott und steine brauchen wir auch chester praktisch berein so was haben wir denn sonst noch müssen wir hier vielleicht das nehmen wir vielleicht schon mal mit und hier das da wird auch schon langsam schlecht das heißt das sollten wir mal zeitnah wie möglich essen und bis jetzt haben wir uns ja ganz gut regeneriert ja für das dass wir immer an dauernd tot waren was war das guck mal wer da ankommt guckt euch an nein geh weg dieser fuchs hier eh so jetzt mal genau ach wir brauchen eh hasen um hier diesen prestilibator blödsinn prestihalitator oder so zu bauen damit wir hier unser fleisch abbild abbauen können weil das bräuchten wir doch würde ich schon sagen wobei wir es bis jetzt auch so geschafft haben aber das ist sozusagen unsere sicherheit falls wir doch mal irgendwann drauf gehen werden wir respond und dafür gibt es teil kaputt zwar verlieren wir glaube ich dann ein bisschen leben also grundleben also dann haben wir weiß nicht das standard ist glaube ich 150 leben dann haben wir halt nur 100 weiß nicht 25 oder so ja dann ist das halt so aber damit kann man leben ja jetzt warten wir bis hier endlich der stein hier hot ist apropos hot stop können wir wir hatten buffalo helm irgendwo bringt ja nicht noch untersuchen so was ruiniert immer die frisur ja aber macht er nicht gewinnen macht er nicht warm ich weiß es gerade gar nicht werde eins und inklusive geruch macht er nicht war im sonnenweste regelmantel hält kühl und ja okay so auf geht's würde ich sagen haben die sich hier echt breit gemacht die schlinge okay ein prozent axt haben wir noch hier wir nehmen auf jeden fall okay was war das schon wieder für geräusche ich höre immer irgendwelche geräusche die ich nicht kenne so das nehmen wir mit schaufeln nehmen wir mit und wir werden hier schön gleich das wieder anpflanzen so so häschen brauchen wir erstens für diesen präbili bibi und so lang den packen wir hier gleich mal hier rein und zweitens für neue puschel öhrchen nein nicht töten verdammt okay egal und hier brauchen wir eine neue falle hier unten wird sicherlich auch wieder einer sein nein er ist schon längst wieder nicht mehr körperlich anwesend der hase das brauche ich erstmal auch nicht hier ist auch wieder ein happen und hier brauchen wir auch wieder eine neue falle und hier brauchen wir auch wieder diese pinguine überall sind sie so Vielleicht sind die Buffalos ja auch jetzt endlich, ähm... Nein, Hunde! Ich höre sie schon wieder. Ich höre sie. Wie, als ob die das riechen. Okay, wir müssen zu einem Buffalos. Sheet. Mein Gott, dann nimmt man sich was vor und dann sowas. Und jetzt wird es mir noch kalt auch. Was soll denn diese Kacke? Ja, ich hab's gehört. Ich muss mich wärmen. Werd warm, werd schneller warm. Okay, ich glaub, äh, die Puschelohren müsste ich eher verwenden. Okay, wir müssen zu den Buffalos ganz schnell, aber die Hunde, die kommen gleich. Da kommen sie auch schon, oder? Hier ist auf jeden Fall Kacke. Und jetzt... 1, 2, 3, viele. 1, 2, 3, viele. 1, 2, 3, viele. 1, 2, 3, viele. Oh, ein weißer Hund. Was ist denn hier los, ey? Komm, greift euch hier gegenseitig an. So. Oh, hier liegt unser Terminalstone. Was ist denn? Hab ich den vergessen letztes Mal? Alles klar. So, das gucken wir uns jetzt hier schön von der Ferne an. Oh nein, ein Puffaloos ist draufgegangen. Was ist denn? Die müssen sich hier mal ein bisschen schneller regenerieren. Hier, Miet, 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 Miet. Zähne brauchen wir auf jeden Fall. Okay, wir haben keinen Platz mehr. Chester. Hier und hier. Ähm. Tuf. Das brauchen wir. Seide brauchen wir. Das, das. Obwohl, Monster-Miet brauche ich ja nicht. Buffalo-Wolle nehmen wir auch mit. Okay, ja. Jetzt sind hier nur noch ja, drei Buffaloes oder was hier. Alles klar. Okay, hier haben wir. Hab ich? Ich habe auch keinen Platz, ey. Chester, was hast denn du alles bei? Hier. Das werden wir essen. Ich glaube, das war schon schlecht. Ja, alles klar. Ja, wir nehmen mal ein bisschen hiervon. Okay, es wird jetzt dunkel. Wir haben neue Zähne auf jeden Fall bekommen. Ähm. Was brauche ich dafür? Seil und gut. Jetzt können wir zwei weitere Fallen bauen, was super ist. Aber ist natürlich noch nicht das Optimum. Wir brauchen viel mehr. Äh. So, Chester, was hast denn du alles bei? Ja, okay. Die Hasen halt, ne? Die verbrauchen halt natürlich einen Platz, ne? Aber wir brauchen jetzt Inno-Steine noch. Oh, ein Kack-Kack-Kack-Hofchen. Yay. Also, die sterben hier aus. Die durch diesen ... Diesen Kack-Riesen-Dachs oder so. Was ist das da mal, alter? Was ist denn nun los, ey? Okay, muss ich hier... Lege ich mal hier... Nein! Nein! Chester, warum du auch immer so ungünstig hier... ...bist eh. Okay, ich glaube, wir bauen uns erst mal hier aus diesen zwei Puschelhäschen, bevor die hier... Okay, eins ist schon draufgegangen. Fuck. Na gut, dann... Ja. Werde ich auf jeden Fall die anderen Puschelhäschen noch irgendwie... Äh, hä? Was hab ich denn jetzt getan? Heile? Ah, ich hab Chester geheilt, oder was? Ah. Oder hab ich mich geheilt? Kann ich das nicht lagern, oder was? Oh nein, wir werden wieder bekloppt hier. Geh weg. So. Wir brauchen auf jeden Fall Steine. Jede Menge Steine. So, hier sind auch jede Menge Hasendinger. Und Steine. Aber ich weiß auch nicht, ob die Steine... ...äähm... ...sich wieder... ...regenerieren hier. Ich glaube nicht, oder? So. Steine, 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 Steine. Okay, wir haben keine Pickaxe mehr. Okay, wir haben keine Pickaxe mehr. Und nicht besser. Wir essen mal hier ein bisschen was. Okay, das hat uns zumindest... ...hier ist auf jeden Fall Spinnenalarm. Okay, das ist wirklich nur so eine Riesenfläche, wo Gras einfach zu finden ist, denke ich. Okay. Okay, und jetzt wird es wieder fresh. Oh, wir sind jetzt wieder voll regeneriert, oder? Relativ. Ja. So, hauen wir mal die Kacke hier. Machen wir mal die ein bisschen Feuer hier. So, wir brauchen es schließlich warm. So. Ah, okay, das Schweinehäuschen haben wir immer noch nicht gebaut. Mensch. So. Zwei Thermalstones haben wir jetzt mit. Okay, wir können jetzt, glaube ich, hier langsam wieder zurück. Aber hier wird nichts weiter sein, außer... Gras, Gras, Gras. Ah, hier haben wir noch einen Stein. Okay. So, den nehmen wir auch noch mit. Und wir brauchen Holz. Wir können gerade kein Ding bauen, oder? Nee, scheiße. Wir müssen schnell Holz bekommen, sonst haben wir ein Problem. Habe ich, äh, eine Axt, ja, hier. Und es wird schon uns kalt. Das sind wirklich die einzigen Buffalos hier unten noch, ne? Das ist ja schrecklich. Hier, Holz. So, das bauen wir uns mal kurz hier hin. So, dann können wir hier so ein bisschen abholzen noch. So, es wird auch gleich wieder dunkel. Jetzt gucke ich mal kurz auf die Karte. Also hier unten ist wirklich nur, äh, nichts. Hier könnte man noch gucken, natürlich, so mittig. Ansonsten hier oben lang. Gibt es auch bestimmt noch viel zu entdecken. Mein Gott, man weiß... Ich weiß echt nicht, wo man anfangen soll, ey. Haben wir jetzt wieder Vollmond? Ich glaube nicht, oder? Das ist beim 51. Tag hier. Zapp. So, ich baue schon mal sicherheitshalber das Teil. Oh mein Gott. So, jetzt geht es wieder zurück. Und die Heimat, beziehungsweise wir werden jetzt irgendwie die Nacht hier noch, ja, die Nacht hier noch verbringen. Nein! Oh, jetzt habe ich... Jetzt habe ich so ein Ding gebaut, ey. Ups. Naja, egal. So, wir haben Hunger und... Und, äh, hilft eigentlich das auch? Okay, das hilft auch für geistigen Zustand. Sehr schön. Ähm... So. Und wahrscheinlich nur ein Holz oder so. Äh, ja. So. Okay. Gut, wir brauchen immer noch, äh, vier Kanickel, um dieses Dingensbums da zu bauen. Haben wir denn hier noch was? Regenmantel? Ein wasserdichter Mantel? Woher sind doch diese... Ist doch dieses Tentakeldreck, oder? Dieses Lina, ne, Flinamausartige Dingsbums hier. Und Zähne brauchen wir. Der dich trocken hält. Ja. Und hier diesen Hut brauchen wir auch. Den Zylinder? Oder? Den brauchen wir doch dafür. Sechs... Dinger haben wir eigentlich, glaube ich. Sechs Netze, Spinnnetze. Ich glaube schon. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge... In der nächsten Folge mal wieder. Ähm... Dann werden wir wieder zurück nach Hause gehen. Werden da... Ähm... Ja, was werden wir da tun? Erstmal alles wieder abladen. Zwei Fallen neu bauen. Und... Jetzt haben wir ein bisschen Steine zumindest. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, für was ich die Steine brauchte. Genau, das Häuschen werden wir hier bauen. Ähm... Jo. Das wird schon irgendwie... Ja. Dann bis zum nächsten Mal und... Bis dahin. Ciao.